Die Pallas-Kliniken in Olten, Zürich und über zehn weiteren Städten in der Schweiz zählen zu den führenden Kliniken für Augenheilkunde und Augenlaser, ebenso für plastische Chirurgie, Venenheilkunde und Dermatologie. Die moderne Dermatologie setzt sich eigentlich aus zwei Hauptbestandteilen zusammen. Das ist einmal die klassische Dermatologie, die an Krankheiten orientiert ist und dann in den letzten Jahren zunehmend die sogenannte moderne ästhetische Dermatologie, die sich eben mit ästhetischen Fragen befasst. Was bei uns auch noch ein sehr großes Fachgebiet ist, ist die Venenheilkunde, wo wir uns mit Krampfadern speziell befassen. Das ist ja auch ein weites Thema und die Besonderheit an unserem Haus ist, dass wir sehr enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der plastischen Chirurgie auch haben. Plastische Chirurgie ist Feinarbeit und ob es um eine Brustkorrektur oder ein Facelift geht, es braucht immer Vertrauen und Abstimmung.